Bhagavad Gita, Vers 2.19 Wer glaubt, dass Lebewesen töte oder werde gedötet, befindet sich in Unwissenheit. Wer ein Wissen gründet, weiß, dass das Lebewesen weder tötet noch getötet wird. Erklärung Wenn der Körper durch tödliche Waffen verletzt wird, bedeutet dies jedoch nicht, dass das Lebewesen innerhalb des Körpers vernichtet wird. Wie aus den vorangegangenen Versen deutlich hervorgeht, ist die Seele so klein, dass es unmöglich ist, sie durch irgendeine materielle Waffe zu töten. Das Lebewesen kann aufgrund seiner spirituellen Beschaffenheit niemals vernichtet werden. Das, was vernichtet oder angeblich zerstört wird, ist nur der Körper. Dies soll aber keineswegs dazu auffordern, den Körper zu töten. Die vedische Unterweisung lautet Mahimsyat Sarvabhutani Tue niemals irgendjemand Gewalt an. Auch fordert die Erkenntnis, dass das Lebewesen nicht vernichtet werden kann, nicht dazu auf, Tiere zu schlachten. Den Körper irgendeines Lebewesens zu vernichten, ohne dass diese Handlung auf Autorität beruht, ist verabscheuenswürdig und wird sowohl vom Gesetz des Staates als auch vom Gesetz des Herrn bestraft. Arjuna jedoch soll für das Prinzip der Religion töten und nicht nach seinem Gut dünken.